Einen wunderschönen guten Morgen. Jeder, wirklich jeder benötigt ein eigenes Plätzchen im Internet. Ein Plätzchen, das tatsächlich euch gehört. In eigener Hand, unter eigener Domain. Und um das zu realisieren, gibt es tausende von Anlaufstellen. Ich will heute mal mit micro.blog eine der wirklich unzähligen Möglichkeiten vorstellen und beschreiben, wie ich mir dort abseits vom iPhone-Blog mein ganz persönliches Zuhause eingerichtet habe.